Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 10731 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Warum hat er mich jetzt wieder angerufen? Ich möchte in Ruhe Fahrrad fahren. Warum hat er mich jetzt wieder angerufen? Ich möchte in Ruhe Fahrrad fahren. Die Schüler führen eine produktive Diskussion über die deutsche Grammatik. Die Schüler führen eine produktive Diskussion über die deutsche Grammatik. Die Schüler führen eine produktive Diskussion über die deutsche Grammatik. Erfolg kann bedeuten, in schwierigen Situationen standhaft zu bleiben. Erfolg kann bedeuten, in schwierigen Situationen standhaft zu bleiben. Erfolg kann bedeuten, in schwierigen Situationen standhaft zu bleiben. Ich habe Probleme mit den Venen in meinem linken Oberschenkel. Die Natur der menschlichen Intelligenz ist nach wie vor ein faszinierendes Forschungsgebiet für Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Die Natur der menschlichen Intelligenz ist nach wie vor ein faszinierendes Forschungsgebiet für Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Die Natur der menschlichen Intelligenz ist nach wie vor ein faszinierendes Forschungsgebiet Wir müssen uns auf unsere Arbeit konzentrieren, sonst werden wir heute nicht fertig. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank. Vielen Dank.